Was geht ab, meine Freunde? Warte ganz kurz, wie hieß die Annabella Dagel? Ja. Halt deine Schnauze. Da muss ich gerade instant dran denken, Alter. Gut. Ja, wir sind gerade in Berlin, letzte Nacht. Willst du dazu noch was sagen? Das reicht, das reicht eigentlich. Mehr braucht man nicht dazu zu sagen. Ja, letzte Nacht Berlin, wie Nico schon bereits, lass mich mehr reden, okay? Okay, rede du alles. Sag du alles. Okay, Berlin letzte Nacht. Berlin war sehr cool. Mega nice. Danke nochmal an alle, die gekommen sind. Und ja, wir setzen hier gerade wieder und haben uns schon die Location für Hannover ausgesucht. Zeig. Und zwar, ihr seht, hier Hannover so ein bisschen. Und wir werden uns ein bisschen zoomen. Hier im, wie heißt der Laden? Fahren Walder Park. Im Fahren Walder Park werden wir uns treffen. Das ist nämlich relativ nah an unserem Hotel und das bietet sich für uns an. Ja, der Park ist nicht groß, aber ich denke mal so mittig kann man sich gut. Da wo der Google Punkt hin zeigt, kann man sich treffen. Genau, genau. Nutzt euer Handy, nutzt euer Navi. Nutzt die Leute, die da leben. Hannover am 2. August, oder? Ja, am 2. August, 17 Uhr, im Fahren Walder Park an der St. Josef Kirche. Eine Freundin von mir hat Geburtstag heute, am 2. August. Happy Birthday to you, by the air. Happy Birthday to you, by the air. Happy Birthday, liebe Hannover, by the air. By the air. Happy Birthday. My life. Und wir möchten, dass ihr jetzt instant, wirklich alle, auch wenn ihr kein Instagram habt, da holt es euch. Alle gehen jetzt auf dieses Profil und folgt ihr. Schickt ihr eine Anfrage, wenn ihr angenommen werdet, kommentiert die Fotos mit Happy Birthday, spammt diesen Account richtig zu. Tut uns den Gefallen. Macht die Gesichtserkennung, funktioniert ja, ne? Voll gut. Gut, geht dahin und spammt den Account richtig zu. Hannah, alles Gute zum Roboter. Alles Gute zum Roboter. Hannah, ey. Das war's. Bis morgen, haut rein, bis in Nova. 17 Uhr. Fahrenwalder Park, St. Josef Kirche. Ja, wie geht's? Hannover, 17 Uhr. Okay. 2. August 2015. Vielleicht kommt ihr auch Annabella Gagel oder Dagel. Vielleicht kommt ihr auch. Grüßt ihr auch mal. Tschüss. figuring es ist... Kannst du noch mal.